Die Teilnehmer befinden sich im Zuhörer-Modus. Guten Tag, hier ist Gersten Berger von Autodesk. Willkommen bei unserer Webinar-Serie Erweitern Sie einen eigenen Autocot-IG. Heute haben wir das Thema Reparieren, Wiederherstellen und Zurücksetzen. Wenn Sie hier noch mal kurz sehen können, wenn Sie nur Bild sehen und kein Zugangscode, hier wählen Sie diese Nummer mit diesem Zugangscode und die Audio-Pin, die hier unten angezeigt wird. Ansonsten darf ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Bernd Gerstenberger. Ich bin Senior-Produkt-Support-Spezialist bei Autodesk. Supporte in erster Linie Plan 3D, Autocot Plan 3D in PN3D. Ich habe auch mehrere Jahre Autocot selber pur supportet. Ich bin jetzt seit fünf Jahren bei Autodesk angestellt im Support und werde Sie heute durch dieses Webinar führen. Zu Beginn erst ein paar allgemeine Informationen. Zögern Sie nicht, Fragen zu stellen. Wir haben dafür das Fragenfenster und auch das Schattenfenster. Ich bin heute alleine. Ich werde versuchen, soweit es geht, hier die Fragen direkt zu beantworten. Es gibt dann zum Schluss noch eine Frage- und Antwort-Einheit im Anschluss an die Präsentation. Die Präsentation wird dann aufgezeichnet. Die PowerPoint ist verfügbar über diesen Download. Besuchen Sie auch. Sie können es auch hier direkt von den Unterlagen herunterziehen. Beachten Sie auch unsere Website. Wir haben unter autodesk.com slash help minus webinars eine ganze Liste aller Produktsupport-Webinare. Ich zeige Ihnen nachher auch nochmal die letzten zehn, die es dort hat. Und kommen wir auch regelmäßig wieder. Sie sehen dort die zukünftigen Webinare, was es alles zur Verfügung gibt oder was aufkommt. Sie können hier auch ein Feedback hinterlassen zum aktuellen Webinar. Aber auch für zukünftige Webinare können Sie Ideen und Vorschläge dort loggen oder direkt unter der E-Mail-Adresse autodesk.com zusenden. Schreiben Sie mir Treff rein. Erweitern Sie Ihren Autocad IQ. Bevor wir beginnen, habe ich noch einige Fragen an Sie. Die erste Frage ist, ist dies Ihr erstes Autodesk-Help-Webinar? Wenn Sie einfach kurz antworten. So. Okay, fertig. Schließen und übertragen. Dann sehen Sie, ja, also für die meisten, die meisten Teilnehmer haben schon öfters hier ein Webinar besucht. Aber es gibt auch neue Teilnehmer und das freut mich ganz besonders. Die nächste Frage lautet, lautet mit welcher Autocad-Version arbeiten Sie? Autocad LT, pures Autocad oder mehr Autocad Architekt, GMP, Mechanical, Plant 3D, Map 3D, Civil 3D oder vielleicht was ganz anderes. Die Mehrzahl arbeitet mit Autocad LT und die anderen dann doch wahrscheinlich Architektur oder MEP, vielleicht auch Plan 3D. Das würde mich ganz besonders freuen. und die dritte Frage lautet, haben Sie schon einmal Ihre benutzerdefinierten Einstellungen verloren? Diese Frage wurde eindeutig mit Ja beantwortet. 100% haben schon Ihre benutzerdefinierten Einstellungen verloren. Wunderbar, da sind Sie genau in dem richtigen Webinar. Werden wir darüber sprechen, wie man das vermeiden kann, dass es in Zukunft so etwas nicht mehr passiert oder dass es möglichst nicht passiert. Dann habe ich noch eine Frage. Eine vorletzte Frage, bevor wir beginnen. Wie sichern Sie Ihre benutzerdefinierten Einstellungen der Zeit? Machen Sie einfach einen Bildschirmsnapshot von dem, was sich geändert hat und sehen Sie sich das an oder sichern Sie manuell die speziellen Dateien weg oder gibt es ein tägliches Backup oder verwenden Sie vielleicht sogar A360. Warten wir noch alle ab. 100% haben gewählt. Die meisten von Ihnen sichern es manuell weg. Es gibt Personen bei Ihnen, die machen Bildschirmsnapshots, mehr der visuelle Typ und manche haben ein tägliches Backup eingerichtet, was natürlich die sicherste Variante ist. Es verwendet von Ihnen niemand A360. Es wird heute ein Thema sein, wie man das darüber auch machen kann. Das werde ich Ihnen nachher dann zeigen. Und deswegen auch die letzte Frage bezüglich A360, Autodesk 360. Haben Sie das schon jemals, vielleicht nicht regelmäßig, aber vielleicht doch schon mal für das Flexigen von benutzerdefinierten Einstellungen verwendet? Ja, nein, wir verwenden andere Backup-Verfahren. Nein, wir wollen nichts mehr in der Cloud speichern. Oder D, was ist eigentlich A360? Okay. Hier hatten Sie auch die Möglichkeit, mehrere Sachen zu wählen. Und das ist das Resultat, dass 20% sagen, nein, wir verwenden andere Backup-Systeme. Das waren wahrscheinlich die gleichen Personen, die vorgesagt haben, dass tägliches Backup irgendwie abgesichert wird. Dann 40% sagen, nein, wir wollen nichts in der Cloud speichern. Und 40% gar nicht wissen, was eigentlich A360 ist. So, vielen Dank dafür. Wir machen mal hier kurz weiter. Hier nochmal bei der Webinar-Reihe. Hier sehen Sie nochmal die letzten 10 Webinare, die abgelaufen sind. Wir haben auf der PowerPoint-Slide, die Sie sich runterladen können, auch den Link dazu, wie Sie zu diesen Webinars kommen. Die Links führen zum einen auch zu der Anmeldung zu dem nächsten Webinar, welches dann um das 3D-Modellieren in AutoCAD handelt. Es gibt auch hier noch einen YouTube-Channel, auch einen deutschen, AutoCAD-Exchange. Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD-EQ. Folgen Sie diesem Link. Dann kommen Sie bei YouTube rein und sehen Sie eigentlich nicht ganz immer zeitnah, aber alle Webinars, die es in der Vergangenheit gegeben hat, als YouTube-Video. Verwenden Sie bitte auch in Zukunft dann auch, oder werden Sie wahrscheinlich schon verwendet haben, das Autodesk-Knowledge-Network unter knowledge.autodesk.com. Hier sehen Sie auch verschiedene Links zu teilweise jetzt zu Zeichnungsthemen, dass verschiedene Zeichnungen kaputt sind, aber auch, wie ich meinen AutoCAD auf die Standardwerte zurücksetzen kann oder wie ich empfohlenerweise zum Beispiel deinstalle und neu installiere. Hier sind noch weitere Links zu Hotfixes, Service Packs und Downloads. Gucken Sie hier bitte regelmäßig nach, ob hier neue AutoCAD oder AutoCAD-LT, Hotfixes, Service Packs etc. angeboten werden. Nun geht es aber los. Das Thema heute heißt Reparieren, Wiederherstellen und Zurücksetzen. Das ist die Agenda für heute. Wir werden die COX-Datei, die Anpassungsdatei, wiederherstellen und zurücksetzen. Wir sehen uns das AutoCAD-Profil genauer an. Was ist das AutoCAD-Profil? Was wird da drin gespeichert? Wie kann ich es zurücksetzen? Wie kann ich es exportieren, importieren? Wie kann ich es überhaupt für eine Sicherung verwenden? Dann das Zurücksetzen von AutoCAD und AutoCAD-LT. Damit ist das AutoCAD-User-Profil gemeint, Benutzer-Profil. Wie kann ich das auf Standardwerte wieder zurücksetzen? Das ist deutlich schneller als eine Neuinstallation. Wie kann ich benutzerdefinierte Einstellungen von einer älteren Version migrieren, beziehungsweise zwischen Versionen vom gleichen Typ, also meinetwegen zwischen 20 und 16 Versionen auf verschiedenen Rechnern, diese dort von der einen Seite exportieren und von der anderen Seite importieren. Wir reden dann auch über Autodesk 360, wie schon gesagt. Dann natürlich auch über Sachen des Deinstallierens. Also es gibt Situationen, wo wir um das Deinstallieren leider nicht drum herum kommen. Dafür gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht, Empfehlungen, wie das vor sich geht. Da gibt es das Uninstall-Tool. Wir werden natürlich auch mit der Systemsteuerung arbeiten, aber auch wie eine saubere Deinstallationsprozedur aussieht. Sehen wir, wie es geht. Das ist hier jetzt AutoCAD 2016 und das erste Thema wird sein, wie ich die COX-Datei wieder zurücksetze oder wiederherstelle. Nehmen Sie einfach mal an, Sie haben da hier irgendwas rausgezogen und wissen jetzt gar nicht mehr, wie es jetzt zurückgeht und wie geht denn das jetzt hier registriert? Irgendwie klappt das irgendwie nicht so ganz. Wie kriege ich das jetzt hier wieder zurück? Irgendwas ist total in Ihren Einstellungen hier in der Benutzeransicht verbogen. Sie können natürlich, das ist eine Methode, wenn Sie einen eigenen Arbeitsspeicher gespeichert haben, diesen wieder herstellen, indem Sie das einfach anklicken. Man kann auch sagen, aktuell speichern unter den Test. so und dann dementsprechend hier zurückschalten. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit und das ist die COX-Datei. Ist vielleicht nicht ganz so bekannt, wenn Sie hier auf Verwalten gehen, dann haben Sie hier den Befehl Benutzeroberfläche. Auf Englisch heißt der Befehlszeilen Befehl COI für Custom User Interface und auf Deutsch ist es dieses komische denklische Wort ABI für Anwender Benutzer Interface. Nun gut, nicht ganz vollständig übersetzt. Wenn Sie da drauf klicken, erscheint dieses Feld oder dieser Dialog, den kennen Sie wahrscheinlich schon, haben Sie wahrscheinlich schon etwas benutzt, aber was Sie vielleicht noch nicht kennen, wenn Sie hier direkt auf die Hauptanpassungsdatei gehen, dann haben Sie hier die Optionen ARCAD QX wiederherstellen beziehungsweise zurücksetzen. Was ist da der Unterschied? Wiederherstellen, wenn Sie irgendwas mal geändert haben, irgendwelche Einstellungen verändert haben, dann haben Sie hier eine Backdatei und diese Backdatei wird beim Wiederherstellen verwendet und wieder zurückgesetzt. So, wenn ich das jetzt einfach mal auswähle, möchte ich nicht fortfahren, jawohl, weiter, jetzt gehe ich zurück und dann ist es auch schon gleich wieder da. Oh, ich habe da irgendwas anderes zurückgesetzt. So, da habe ich irgendwas gespeichert gehabt, deswegen machen wir das aber gleich nochmal und nehme und nehme dann die zweite Option zurücksetzen und da habe ich finde ich jetzt aber nicht so schön. Gleich beim ersten Schritt irgendwas, was nicht in Ordnung ist. Sollte jetzt eigentlich nicht so sein. Dann machen wir das einfach ganz kurz so. Das ziehe ich jetzt vor. Normalerweise sollte jetzt einfach diese Arcade Quicks zurückgesetzt werden auf die Arcade Quicks, wie sie aus der Box kommt. Jetzt machen wir das, was ich später machen wollte. Wir tun eigentlich jetzt mal ganz kurz das User Profil Einstellung auf Vorgabe zurücksetzen will und da sagt da ist noch irgendwas geöffnet. Das ist auch richtig, irgendeine Arcade Access geöffnet und da müssen wir dann nochmal hingehen. Wir werden das nachher nochmal kurz besprechen. Was das jetzt genau ist. Jetzt werden wir das Autodesk oder Autocad User Profil zurückgesetzt für 2016. Ich werde das nachher nochmal genauer erklären, was da hier dabei passiert. No. So, ah, ist schon da. Ich war ein bisschen ungeduldig. So, da oben sind meine Ribnus wieder. Was ich jetzt gemacht habe, war, den sekundären Installer zu verwenden. Ist eigentlich erst der übernächste Punkt, aber da wir den jetzt schon mal verwendet haben, wie ich denn jetzt schon genau erklären, was das genau ist. Wenn die Situation auftritt, dass sie irgendwelche besonderen Effekte haben, wie jetzt bei mir zum Beispiel, dass die Ribbons nicht da sind, müssen sie jetzt nicht unbedingt mal gleich neu installieren, da reicht es ab und zu nur den sekundären Steuerler zu starten. Es gibt zwei Wege, wie man das vornehmen kann. Das eine ist, was manuell ist und das verwenden sie diese Methode besonders dann, wenn sie feststellen, dass die gleiche Installation bei dem Windows Benutzer 1 funktioniert, bei Windows Benutzer 2 aber nicht, denn es werden Benutzereinstellungen für diesen Rechner dann zurückgesetzt. Der sekundäre Installer kommt von Microsoft, das ist ein Microsoft Installation Package und seit 2012 gibt es dafür auch ein Tool das zu verwenden, dafür geht man hier auf Start alle Programme und man muss allerdings vorher alles schließen, sonst funktioniert es nicht. Auch das zweite, da war ich Autodesk dann gehen Sie hier hinein AutoCAD 2016 und da hat es hier Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen wenn Sie da dann drauf klicken scheint dieses Fenster hier und es gibt dann zwei Varianten entweder Sie erstellen hier noch eine Sicherung was sinnvoll ist wenn Sie benutzerdefinierte Einstellungen drin haben zum Beispiel Sie haben benutzerdefinierte Plotstil Tabellen oder PC3 Dateien Plotter Konfigurations Dateien drin oder Sie haben benutzer an Lin Dateien für Linientypen dann in solchen Fällen sollten Sie vor eine Sicherung machen ansonsten wird es gleiche bloß ohne Sicherung wenn Sie den zweiten Punkt wählen das wird dann eine ZIP-Datei sein das lege ich jetzt mal hier auf den Desktop die ist auch schon hier eine Besonderheit ist wenn Sie kein ZIP-Tool haben wie Winzip RINRA oder 7zip was es alles gibt sondern von Microsoft diese ZIP-Folders verwenden dann kann es passieren Sie machen einen Doppelklick auf die ZIP-Datei auf diesen ZIP-Folder und es ist leer aber das ist nicht leer das ist ein Problem von Microsoft mit diesen ZIP-Verzeichnissen verwenden Sie einfach hier für eine richtige ZIP-Datei aber auch wenn Sie später das dann zurücksetzen wollen Sie sehen zwar nichts aber es ist gefüllt und Sie können es trotzdem verwenden das war das hier dann es gibt dann noch eine zweite Methode was passiert eigentlich dabei es werden eigentlich im Wesentlichen zwei Verzeichnisse gelöscht und auch noch ein Registry-Key stimmt nicht ganz das wird auch in C-Program-Files bei den Schriftarten und auch bei den Farben nochmal was gemacht aber im Wesentlichen sind es hier Roaming Autodesk AutoCAD 2016 eigentlich schon das hier das hier wird gelöscht das hier noch weg und zurück gesetzt und das gleiche statt Roaming Local so das wird dann auch gelöscht und dann gibt es noch einen Registry-Key Current User nicht Local mehr schon müssen Sie neu installieren Software Autodesk AutoCAD dann sehen Sie hier die verschiedenen Versionen 21 ist 2016 dann dieser Key für AutoCAD 2016 also Sie könnten statt dieses Tool verwenden auch diesen Key hier löschen und die zwei eben genannten Windows Explorer Verzeichnisse AutoCAD neu starten passiert genau das gleiche Sie sehen diesen Fortschrittsbalken das ist der sekundäre Installer und es wird alles zurückgesetzt so machen wir weiter kommen wir zu den Profilen die Profile erreichen Sie erst mal über die Optionen es gibt verschiedene Möglichkeiten Optionen aufzurufen hier über das Kontextmenü oder da über den A-Knopf und dann auf Optionen oder Sie können einfach Optionen direkt in die Befehlszeile eingeben ganz da hinten haben Sie einen Reiter Profile standardmäßig haben Sie erst mal immer ein unbenanntes Profil Sie können hier aber auch eigene Profile anlegen was wird in diesen Profilen denn gespeichert erst mal hier alle Suchpfade die es hier so gibt alles was hier drin steht dann hier im Prinzip alles alle Optionen die hier vorhanden sind mit einer Ausnahme und das sind die mit diesem blau gelben Symbol die werden in der Zeichnung gespeichert und das sind Einstellungen die man auch vorwiegend in der Vorlage Datei in der DWT abspeichert die werden also diese Punkte werden nicht im Profil gespeichert Sie können sich ein neues Profil anlegen indem Sie einfach sagen in Liste einfach Namen vergeben und das können Sie dann auch auf aktuell setzen jetzt sehen Sie hier oben Doppelklick drauf Webinar 111 ist aktuell Sie auch auf diesen Button drauf klicken können ja wenn ich jetzt nun das Profil lief ziemlich lange und irgendwann geht es nicht mehr und was mache ich denn da es gibt zwei Methoden die eine hat ein bisschen Vorbereitungszeit ist aber besser und die andere die geht schnell ist aber nicht ganz so gut die schnelle Methode ist dass Sie hier auf zurücksetzen klicken da werden wirklich die Standardwerte wieder zurückgesetzt so wie AutoCAD Auto auf die Box kommt im Prinzip haben Sie nur noch das Profil mit dem Namen aber die Einstellungen sind so wie Sie von Haus aus von Autodesk kommen die andere Methode ist dann doch deutlich angenehmer und sinnvoller das ist indem Sie hier dieses Profil erst mal exportieren Sie speichern das dann irgendwo hin haben wir Desktop Zeichnung ARC das ist eine ARC Datei und wenn wir jetzt mal auf den Desktop mal gehen da ist sie das ist eine Textdatei fast eine REC Datei nicht ganz also wenn Sie mit REC Server 32 versuchen das direkt in die Registry zu schreiben wird das nicht funktionieren weil hier dann noch ein paar Informationen fehlen aber wie Sie sehen Sie können hier auch die Einstellung genau nachsehen das ist eine Textdatei mit irgendwelchen Registry Einträgen wenn Sie es dann wieder wo haben möchten dann importieren Sie das mit importieren geht auch wieder ein Dialog auf Sie wählen eine ARC Datei aus und schon ist es wieder drin so jetzt mal eine andere Sache wir kommen zum nächsten Thema das ist die Migration von Einstellungen von früheren Versionen nehmen Sie haben schon sehr viel gespeichert in der älteren Version Sie installieren die neueste Version dann auf Ihren Rechner drauf und Sie möchten die Einstellung haben von der älteren Version in der neuen Version wie geht denn das dafür haben wir auch ein Tool ich tue mal das hier mal ganz kurz schließen ich möchte hier mal kurz AutoCAD 13 zeigen was ich da für Einstellungen getätigt habe wenn ich da mal die Option mir mal einfach mal ansehe da habe ich hier bei den Dateien Suchfahrt habe ich hier CTEM noch zusätzlich hinzugefügt bei Anzeigen habe ich hier Bildlaufleistung Zeichnungsfenster anzeigen und ich habe hier noch hinten ein Profil das nennt sich neu und das alles möchte ich jetzt übertragen in 2013 dafür hat es auch ein Tool Sie gehen auf Start Programme Autodesk 2016 Benutzer definierte Einstellung Migrieren wenn Sie das auch in Ordner hat es drei Befehle Exportieren Importieren und Migrieren Exportieren Importieren das gilt beides für die gleiche Version also wenn Sie eine 2016 Version haben dann exportieren Sie für eine andere 2016 Version von früheren Release Migrieren dann müssen Sie diesen Befehl verwenden so wenn ich hier diese Liste ansehe stellen Sie fest Oh Überraschung erst mal ich sehe hier noch eine einzigste Version und das ist die 2013 Deutsch dabei wenn Sie hier sehen meine Alken Sie haben 2013 2014 2015 und hier ist auch noch 2016 wo ich das jetzt gerade gestartet habe wieso ist das so der Grund hierfür ist die Sprache das hier ist Deutsch das hier ist Englisch das hier ist Englisch und das ist wieder Deutsch also Sie müssen die gleiche Sprachversion haben auch oder das gleiche sonst funktioniert das so nicht Sie können immer nur erst mal von bereits installierten Versionen migrieren ich kann nicht von 2012 migrieren weil ich hier kein 2012 installiert habe und ich kann nur von der gleichen Sprache migrieren was ich migriere das sehe ich hier das ist die COI Datei benutzerte definierte Symbole Werkzeugpaletten Liniendateien Schraffurien Sachen dann Material Bibliothek ich mache einfach alles und beachten Sie auch diese Leuchte hier unten wenn das Ergebnis nicht Ihren Vorstellungen entspricht können Sie die Einstellung auf die Originaleinstellung nach der Installation zurücksetzen indem Sie über das Windows Startmenü Einstellung auf Vorgabe zurücksetzen wählen also genau das was wir vorhin gemacht haben beim Sekundären Installer Einstellung auf Vorgabe zurücksetzen beziehungsweise die zwei Verzeichnisse und ein Registry Key löschen ich sage jetzt in dem Fall OK und dann schauen wir mal was passiert Ja dann gibt es ein Protokoll Datei möchte ich mir jetzt ansehen da steht alles drin was jetzt genau passiert ist wenn ich dann jetzt auf AutoCAD gehe und das mir mal anschaue wie schaut das jetzt aus aus schaue ich mir mal die Optionen an da ist mein C-TEM Pfad der Haken ist gesetzt und ich sehe schon hier oben dass ein aktuelles Profil ist das neue Profil das ist jetzt mitgekommen das Webinar 101 111 was ich vorher angelegt habe das blieb das Profil wird nicht einfach so überschrieben sondern wird einfach da belassen so wie es ist das ist gut da möchte ich ganz kurz noch mal zur PowerPoint Folie mal zurück gehen und möchte mal ganz kurz über die Best Practice sprechen ich habe hier etwas gemacht was jetzt nicht Best Practice ist wieder zurück also grundsätzlich Sie sollten erst mal AutoCAD 2016 oder die neue Version einfach mal grundsätzlich durchstarten es ist tatsächlich so dass wenn Sie das erste Mal starten und AutoCAD erkennt da ist schon eine ältere Version drauf dann kommt dieses Fenster schon automatisch in dem Fall ignorieren Sie es einfach mal lassen es einmal durchstarten dann ist das Benutzer Profil richtig korrekt die älteren Version lassen sie aber installiert weil sonst funktioniert diese Migration nicht normalerweise bin ich jetzt davon ein bisschen abgekommen weil ich oder für dieses Webinar habe ich es nicht so gemacht sollte man nur eine Version erspringen also von 2013 auf 14 von 14 auf 15 von 15 auf 16 warum jede neue Version hat irgendwelche Änderungen Verbesserungen Wünsche die umgesetzt worden sind Sachen die es in der alten Version nicht gibt und dementsprechend werden diese Versionen ja wenn Sie immer nur das alte Profil rüberbringen dann werden eventuell diese neuen Sachen ignoriert und werden vielleicht nicht dargestellt weil Sie zum Beispiel von Anno dazu mal noch Ihre Werkzeugkästen haben die allerdings jetzt die neuste Funktion also da fehlt das Befehl von der neuesten Funktion die halt in einer neueren Release kam die ist halt dort nicht dabei und das würden Sie dann wenn Sie es einfach so überspringen nicht mitbekommen also deswegen auch werfen Sie alten Ballastwerk Sie brauchen jetzt nicht unbedingt das Profil von AutoCAD 14 oder AutoCAD 2000 das können Sie ruhig mal wegwerfen Sie können sich auch mal ein neues Profil einfach mal anlegen was mir entspricht deswegen empfehle ich auch dass Sie immer da auf dieses diesen Link gehen neue Features da unten sehen Sie den Link und schauen Sie mal einfach was gibt es denn da Neues ist das nicht interessant können ich das für meine tägliche Arbeit verwenden dann Lynn Ellens Tipps und Tricks hier ebenfalls da erfährt man auch immer neue Sachen so jetzt kommen wir noch zu A360 also wenn ich jetzt wieder in Optionen reingehe ganz kurz noch was zum Profil das habe ich vorher nicht erwähnt AutoCAD LT hat keine Profile das ist schade aber es ist leider so zu den Optionen das ist aber auch bei LT vorhanden das sind diese Online Funktionen damit verbinden sie sich mit der Cloud ich bin jetzt schon irgendwie verbunden ich muss mich erst anmelden das ist die Autodesk ID das ist irgendwie nicht so schön was ist jetzt hier mit der Verbindung ich habe eine gute Verbindung schauen wir mal ob man die Seite öffnen können sonst kann ich leider nur so beschreiben wie es gehen sollte wenn der Dienst jetzt momentan wirklich nicht online ist also in der Cloud ok ich bin jetzt mal drin. So, jetzt bin ich drin, gut. So, hier, Sie haben hier, normalerweise können Sie Ihre Daten synchronisieren, aber Sie können auch Ihre Einstellung synchronisieren. Das sind die Einstellungen, die Sie synchronisieren können. Optionen, die COI-Dateien, Druckersupport-Dateien, also PC3, CTP, die PAD-Dateien, die Toolpalette, die DBTs und die Fonts und LIN-Dateien. Letztere, da muss AutoCAD neu gestartet werden. Aber irgendwie scheint es immer noch ein bisschen Verbindungsprobleme Leiter zu geben. Wenn ich das hier jetzt anwende, ich habe dann eigentlich schon was installiert, dann doch, es geht. Wunderbar, gut. Also, ich habe auf der Cloud schon meine Einstellung synchronisiert gehabt und jetzt stellt AutoCAD fest, meine Einstellungen sind online besser oder anders als die offline, auf lokal. Jetzt habe ich die Wahl, dass ich meine Online-Einstellungen verwende oder meine lokalen Einstellungen und damit die Online-Einstellungen überschreibe. Ich nehme jetzt mal die Online-Einstellungen und jetzt, weil ich auch die unterste Option habe, muss ich AutoCAD neu starten. Und dann sehe ich, nachdem AutoCAD neu gestartet wurde, dass meine Online-Einstellungen rübergesichert werden. Das hat jetzt den großen Vorteil, wenn Sie jetzt zum Beispiel an verschiedenen Rechnern, verschiedenen Standarden sind. Einmal mit dem Laptop irgendwie unterwegs und dann halt Ihren PC im Office. Sie wählen sich ein und können dann gleich auf die Synchronisation vom PC im Office runterladen auf Ihre Einstellungen, die Sie online gespeichert haben und runterladen auf Ihren Laptop. Sie haben dort genau das Gleiche. So, Sie sehen schon, dass ich jetzt nur noch hier ein Webinar habe. Kein Webinar 111 und auch kein neu, sondern das ist das, was ich dort gespeichert hatte auf der Cloud. Das war A360. Jetzt, ich sehe gerade irgendwie nicht mehr ganz so viel Zeit. Jetzt mache ich mal ganz schnell die Neuinstallation. Im schlimmsten Fällen müssen Sie tatsächlich neu installieren. Es gibt drei Methoden. Das eine ist, Sie wissen gar nicht, was ich jetzt, wenn Sie deinstallieren wollen, was genau muss ich denn deinstallieren? Welches Tool? Das gibt ja dann bei der Suite sind es erstmal verschiedene Programme oder dann halt auch noch verschiedene Zusatzprogramme, die bei AutoCAD da mitkommen. Was muss ich denn alles deinstellen, um alles deinstelliert zu haben? Dafür gibt es dieses Uninstall-Tool unter Start, Programme, Autodesk. Da drunter ist Uninstall. Dann geht dieses Teil hoch und Sie sehen, was ich alles installiert habe. Hier ist zum Beispiel die PlanC 2014. Da sind die ganzen Programmchen, die ich dabei installiert habe, aber auch die Materialbibliothek oder hier Workflows, auch ein Zusatztool. Die hier kann ich alle einfach anklicken und da wird auch gesagt, was das alles für einen Effekt hat und dementsprechend hier direkt deinstallieren. Das ist ein sehr schönes Tool. Ich zeige es nochmal. Start, alle Programme, Autodesk, Uninstall-Tool. Hier unten haben wir zum Beispiel auch pures AutoCAD. Einfach hier da direkt dran klicken. Alles, was Sie halt auf Ihrer Maschine haben, wird dort entdeckt. Ab und zu reicht es auch, wenn Sie über Start, Systemsteuerung, Programme und Funktionen gehen. Wenn Sie da einfach hier, na, warten wir einen kurzen Augenblick, auf Uninstall-Change gehen. Dann haben Sie dann drei Optionen zur Auswahl. Und zwar Funktionen hinzufügen oder entfernen. Da können Sie, wenn Sie zum Beispiel die Express-Tools noch nicht installiert haben, diese einfach hier hinzufügen oder was anderes entfernen. Wenn Sie Sieg nicht haben wollen, tun Sie einfach den Haken raus. Reparieren oder neu installieren und deinstallieren. Deinstallieren, nachher gleich. Reparieren, neu installieren. Also beim Reparieren werden die Sachen unter Updata beim Benutzerprofil nicht verändert. Aber halt die, was unter C-Programm Data und C-Programm Files ist, wird neu überschrieben. Beim Neuinstallieren wird deinstalliert. Das ist dieser Button von mit Deinstallieren, Uninstall. Und gleichzeitig neu installiert. Würde ich aber diesen Button so nicht verwenden. Reparieren, ja. Geht recht schnell. Ist noch deutlich schneller als jetzt eine saubere Deinstallation, Neuinstallation. Aber Neuinstallation, da würde ich dann gleich eine saubere Neuinstallation durchführen. Es geht so, dass Sie erstmal hier auf Deinstallieren klicken. Und da müssen Sie allerdings noch ein paar zusätzliche Dateien löschen. Unter Temp-Verzeichnis alles löschen. Unter C-Programm Data Autodesk alles löschen. Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und wenn wir hier mal ganz kurz da nochmal reingehen. Wir haben hier auch Artikels. Hier diese zwei Sachen, da wird es ganz genau beschrieben. Das andere haben wir schon besprochen. Das erste ist die verschiedenen Sachen, die noch zusätzlich zur Deinstallation vor der Neuinstallation noch passieren müssen. Damit es wirklich sauber ist. Und die zweite Sache kommt von Microsoft, fix it. Und das funktioniert wirklich. Das ist ein sehr gutes Tool. Geht auch in die Classes-Routes rein und löscht dort ziemlich viel noch. Ist also sehr, sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Kommende Veranstaltung noch ganz schnell. Einführung 3D-Modeling in AutoCAD LT, 8. Oktober. Ich sehe gerade, wir haben nur noch eine halbe Minute. Das ist seltsamerweise. Der Zeitgeber geht hier ganz schön schnell runter. Hier unten sehen Sie noch unser Feedback. Besuchen Sie auch die, ja, diese Links haben Sie, können Sie ja direkt runterladen. Ich habe jetzt noch zwei Fragen an Sie zum Abschluss. Haben Sie in dem Webinar etwas Neues gelernt? Schließen, übertragen. Okay. Das heißt, 75% sagen ja, 25% nein. Freut mich für die 75%. Und die anderen 25% sagen, kann ich gratulieren. Ja, haben Sie schon einiges gewusst. Dann die letzte Frage, die ich jetzt hier habe. Welcher Wochentag ist für Sie eigentlich am geschicktesten für diese Art von Webinar? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag? Die meisten sagen, wir sollen beim Donnerstag bleiben. Ah ne, es hat sich gerade noch mal geändert. Also 50% sagen Donnerstag und 50% sagen Mittwoch. Dann werden wir allerdings erst mal beim Donnerstag bleiben. Aber wir werden diese Frage natürlich immer mal wieder stellen. Und wenn insgesamt feststellt, dass vielleicht ein anderer Wochentag geschickt ist, dann werden wir natürlich versuchen, das zu ändern. So, erst mal vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wenn Sie jetzt auch noch Fragen haben, dann können Sie jetzt einfach mal die Fragen auch stellen. Irgendwelche Fragen? Keine übertragen. Also gut, dann vielen Dank und wiederhören. Vielen Dank.